Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ist der 19.05. Was bedeutet für alle, die sehnlichst auf X-Defined gewartet haben, übermorgen ist es soweit. Übermorgen startet X-Defined, das hätte ja kaum noch einer geglaubt bei uns, offiziell in die Pre-Season. Die erste Pre-Season wird einige Tage laut Mark Rubin gehen und dann wird es einen fließenden Übergang nach ein paar Wochen wahrscheinlich in Season 1 geben. Das heißt, anders als in dem ersten Playtest und zweiten Playtest und dritten Playtest und all den Playtests, die wir bisher hatten, wird jetzt Stück für Stück der gesamte Content von X-Defined tatsächlich alle rausgebracht. Das heißt, alle auf den New-Gen-Konsolen und auf dem PC können jetzt endlich Gas geben und sich darauf freuen, dass sie endlich das Game bekommen, worauf sie so lange warten. Einige von euch werden mit Sicherheit enttäuscht sein, aber es war ja auch vorher schon klar, ihr werdet auf der Xbox Series S, auf der Xbox Series X, auf der PS5 und auf dem PC spielen können. Ihr werdet nicht auf den Old-Gen-Konsolen spielen können. Das heißt, X-Defined wählt ihr für die PS4, PS3 hat wahrscheinlich keiner mehr und auch für die ältere Xbox-Version nicht mehr spielen können. Und meiner Meinung nach sollten auch langsam alle Games in die Richtung gehen. Es ist unfassbar, wie viel Zeitaufwand und Ressourcen und technische Limitationen die ganzen Entwickler vor sich haben, wenn sie Games für Old-Gen und New-Gen-Konsolen gleichermaßen herstellen und entwickeln müssen. Und die PS5 ist jetzt draußen seit so langer Zeit und es gibt auch bei keiner der beiden Konsolen noch irgendwie eine Erklärung, dass man es ja einfach nicht kaufen konnte. Also verfügbar sind sie mittlerweile überall und ja, eine PS5 kostet 3, 4, 500 Euro, kommt drauf an, was für eine Edition ihr wollt. Wer aber gamet, der hat jetzt, wenn das sein einziges Hobby ist, über zwei Jahre Zeit gehabt für eine Möglichkeit zu sorgen, dass er ein bisschen anspart und es tut mir leid. Man kann nicht immer bei Games und bei allen anderen Sachen auf alle Rücksicht nehmen. Irgendwann wird eben ein kleiner Kreis ausgeschlossen. Das Ganze wird mit Season-Passen vollgefüttert sein, weil es ist ein Free-to-Play-Game. Keiner von euch wird das Game bezahlen müssen. Meine größte Sorge bei dem Ganzen war eigentlich, dass da wieder so Pay-to-Win-Mechaniken kommen. Denn Ubisoft und so ein Game wie X Defiant, die wollen Geld verdienen am Ende des Tages. Egal, wie die Intentionen hinter dem Game sind, die machen das nicht, weil die einfach nur was Nettes für die Community tun wollen, sondern weil da Geld rausspringen soll. Und dazu gab es eine Art Blogpost von X Defiant, den ich euch gerne zeigen möchte, was man erwarten kann, was an bezahlbarem Content kommt. Und wenn man sich das anguckt, ist das so ein bisschen das vom 17. Mai, also wirklich jetzt erst vor zwei Tagen gekommen. Kann sich auch jeder bei X Defiant auf der Twitter-Seite offiziell angucken. Die sagen, no Pay-to-Win. Wir wollen, dass die Zeit, die ihr investiert, belohnt wird. Und das ist eben nicht, wenn ihr einfach, während ihr viel Zeit investiert, andere Leute einfach Geld ausgeben und Pay-to-Win-Skins, Gameplay-Mechaniken, Waffen und sonstiges kaufen könnt. Deswegen sagen sie, alles, was das Gameplay in irgendeiner Art und Weise tatsächlich berühren könnte oder verändern könnte, wird einmal zu kaufen möglich sein. Parallel aber auch durch ganz normale Challenges, die ihr ohne Geld ausgeben auch erreichen könnt. Zum Beispiel die Dead-Sack-Fraction in der Pre-Season wird zum einen kaufbar sein. Was ich nicht so mag. Ich bin kein Fan davon, dass man Fraktionen und sowas kaufen kann. Aber sie sagen, ihr könnt es auch, indem ihr einfach in-game 700.000 XP sammelt. Wie schnell das jetzt geht, weiß ich nicht. Wenn man in der Runde 20.000 XP macht, wären es 35 Runden. Das finde ich ehrlich gesagt in Ordnung. 35 Runden, gerade hier in X Defiant, wo die Runden vergleichsweise schnell gehen, ist, wenn man eine lange Soccer-Session macht, an einem Tag möglich. Da muss man aber abwarten, ob diese XP wirklich so machbar sind oder ob das eine Sache von drei Monaten ist. Das ist natürlich schlecht. Was man dazu bekommen wird. Freie Battle Pass Rewards. Es wird In-Game-Challenges geben. Dailys und Weeklys. Ubisoft Connect Challenges. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Weapon Mastery mit normalen oder regelmäßigen Updates. Und Community Teilnahme Rewards, so wie jetzt Twitch Drops. Die werden übermorgen live sein. Giveaways, In-Game-Events. All diese Sachen, die wir eigentlich auch von COD kennen. Wobei COD-Drops habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich wieder zur World Series of Warzone demnächst. Dazu kommt es, sie wissen natürlich, dass jeder seinen Charakter eigens gestalten möchte. Also gibt es MVP-Player-Animations. Das hatten wir in Vanguard. Das war Dogshit, um ehrlich zu sein. Waffen-Skins, Charakter-Skins, Player-Karten, Emoji-Packs und mehr in der Zukunft. Dazu wird es geben, was man eben beim Launch alles kaufen kann. Denkt dran, jetzt Pre-Season. Dann fängt die Season an, wo es dann verfügbar sein wird. Verschiedene Factions, die man kaufen und freispielen kann. Spieler-Animationen, Hintergrundkarten. Premium-Battle-Pässe, Charakter-Cosmetics, Weapon-Cosmetics. All diese Sachen, die wir alle von COD schon seit Jahren und Jahren kennen, werden auch die Sachen sein, die man natürlich in X-Define kaufen kann. Auf der einen Seite freue ich mich für jeden von euch, der ähnlich wie ich mit COD schon länger nicht mehr viel anfangen kann, dass X-Define tatsächlich rauskommt. Aber, und da muss jetzt auch gar keiner sich aufregen und mir vorwerfen, ich möchte es mit Absicht in dem Fall schlecht reden. Diese Aussage ist so maximal dumm immer. In den ganzen Playtests, die seit über einem Jahr stattfinden, haben wir immer wieder dieselbe Meldung von einer Mehrzahl der Spieler gehabt. Dass der Input-Delay durch den Netcode verursacht und die Hit-Rack durch den Netcode sowohl auf den Konsolen als auch auf Maus und Tastatur ungenügend war. Und dann gab es vor drei, vier Wochen den letzten Playtest, wo sie gesagt haben, sie haben einem Jahr an dem Netcode gearbeitet und dieser Netcode müsste dann jetzt besser funktionieren. Input-Delay müsste besser sein oder weniger sein und Hit-Registration müsste besser sein. Und eine überwältigende Mehrheit von Spielern haben auf Twitter bekannt gegeben, dass die Probleme sich genauso teilweise schlechter anfühlen wie vorher. Dass sie nach dem Playtest, wo die Probleme offensichtlich nicht behoben worden sind, drei bis vier Wochen später das Game bereits full releasen, macht mir persönlich ein wenig Sorge, dass man hier einfach so ein bisschen den internen Druck hatte, dass man sagen muss, okay, wir müssen jetzt releasen, Leute. Es gibt andere Games, die releasen, die auch noch nicht fertig sind. Und es wird jetzt demnächst das Announcement für das nächste COD geben. Das wird auch wieder Fokus und Hype und Aufmerksamkeit und alles wegziehen. Also raus mit dem Game. Und das Schlimmste, was einem Game passieren kann, ist, wenn es rauskommt und einfach nicht fertig ist. Das sieht man dann relativ zügig auch an den Zuschauerzahlen. Das beste Beispiel ist Tarkov Arena. Tarkov Arena hat so reingeschissen, dass wir gestern Mittag bei elf Zuschauern waren. Elf Zuschauer auf ganz Twitch, wo wir insgesamt Millionen von gleichzeitig schauenden Zuschauern haben. Solltet ihr für den Start von X-Defined euch vorbereiten, pre-loanen wollen, vielleicht Gameplay-Tipps lesen, Map-Guides durchschauen. Es gibt ganz viel davon, was auf der offiziellen Ubisoft-X-Defined-Seite mittlerweile verfügbar ist. Dann einfach hier auf den Link gehen. Ich haue euch den in die Videobeschreibung unten rein. Ich persönlich werde am Dienstag auch X-Defined streamen. Das heißt, wenn ihr auf Twitch vorbeischauen wollt, Twitch, TV, Sheperfeuer, ist relativ, ich bin da relativ neutral. Ich würde mich freuen, wenn es gut wird. Ich hoffe einfach, dass diese gravierenden Probleme bis dahin in den Griff bekommen werden. Und dass es ein Game wird, was uns allen viel Fun macht. Weil kein SBMM, ein schneller FPS-Shooter, das ist so ziemlich genau das, was eben viele Leute, die so wie ich von Call of Duty so ein bisschen die Nase voll haben, schon seit Monaten, Jahren eigentlich erwarten. Und all das, was X-Defined so ein bisschen bisher versprochen hat, würde das halt erfüllen, wenn es real so umgesetzt wird. Das heißt, schaut euch das an, downloadet es vorab gerne schon mal. Es wird verschiedenste Mechaniken geben, was Matchmaking angeht. Es wird Ranked geben mit SBMM, kein Ranked ohne SBMM. Es wird Input-Matchmaking geben, was eben euer Device angeht, Controller, Maus, Tastatur. Ich persönlich werde das Ganze auch mit Videos und Topics und Themen füttern, unter der Voraussetzung, dass das Game sich vernünftig anfühlt. Wenn es sich vernünftig anfühlt, habe ich Bock darauf, Content darüber zu machen. Wenn es sich nicht geil anfühlt, habe ich keinen Bock darauf. Ich weiß, dass ich gerade mit so einem Release von so einem Game auf YouTube und so unfassbar viel Aufrufe und Geld machen kann. Das Problem ist, ich habe gar keinen Bock drauf, wenn das Game sich einfach scheiße anfühlt, weil dann ist es für mich einfach Zeitverschwendung. Und ich tausche ungern meine Zeit nur gegen Geld. Dann lieber meine Zeit, die ich investiere, gegen Geld aufrufe, während ich Fun dabei habe, was ich mache. Das heißt, wir sehen uns am Dienstag. Ich denke, die Server werden ein paar Minuten vorher online gehen, sodass das Ganze nicht wieder komplett zusammenbricht. Ich denke, dass es sehr viele Leute gibt, die da starten werden. Es wird Probleme am Anfang geben. All diese Sachen sollte man mit einem lachenden Auge sehen, weil das Game eben verspricht, ziemlich gut zu werden. Und ich habe ehrlich gesagt immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es tatsächlich so sein kann. Leute, seid ihr bockig darauf? Also so wie Katzen, rollig, bockig? Wenn nicht, auch egal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.